Hi zusammen, wir machen unter dem Thema ALS heute auf die Pepper Challenge aufmerksam und fordern euch auf, uns das gleich zu tun. Niemals aufgeben im Kampf gegen ALS. Feuer frei. Niemals minus aufgeben im E.V. Perfekt. Die ist nicht schlimm. Wollt ihr jemand nominieren? Wer darf es denn sein? Also ich nominiere den Julian Eckerle. Julian Eckerle. Weiter, drei dürft ihr frei. Gibt es noch jemanden, den ihr es gönnt? Maike Burkhardt. Maike Burkhardt und Rainer Siebert. Perfekt, wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne auch noch eine kleine Spende da lassen. Ja, das auch noch. Danke sehr. Habt sie. Können wir noch Tränen irgendwo reinholen? Oh ja, warte. Ein Brot? Da kommen sie. Danke sehr, toll gemacht. Und gebt. Ok. schifff